Wir brauchen keine Zuwanderung natürlich, die unsere Sozialsysteme belastet. Wir haben keine Massenzuwanderung, ganz egal wo. Keine weitere Zuwanderung aus anderen Teilen der Welt. Multikulti ist tot. Ein Islam, der in sehr, sehr vielen Ländern im offenkundigen Widerspruch zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, kann nicht zu uns gehören. Wir als CSU, du kannst gerne Deutschland wieder verlassen, wenn dir das Leben, so wie wir es in Deutschland haben, nicht gefällt. Und weil das auch die Bundesregierung weiß, gibt sie sich gerade einem Selbstfindungsprozess hin. Wir brauchen auch Fachkräfte aus dem Ausland, liebe Freundinnen und Freunde. Bevor wir Leute aus dem Ausland holen, finde ich, müssen wir uns zuerst um die kümmern, die schon da sind. Das ist Stimmungsmacher. Ich bitte Sie, ich habe, und das ist meine Pflicht, ganz sachlich Fragestellungen für die Zukunft beschrieben. Eine babylonische Sprachverwirrung, jeder plaudert so daher.